Hallo, ich heiße Paul. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier erfährst du alles zum Thema Sozialrecht. Du hast sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Rechte und diese kannst du nutzen und miteinander kombinieren. So wie man im Steuerrecht schaut, wie man es optimiert, wie man am Ende des Jahres gut rausgeht, und so kann man auch beim Sozialrecht planen und gut vorausschauen. Ich werde dir dabei helfen. Ich werde dir vieles aufzeigen. Ich werde dir Videos geben, wo ich dir dann verschiedene Beispiele veranschauliche. Ich werde zu vielen Themen etwas erzählen, was dir helfen soll. Ich erzähle Dinge aus der Praxis. Die Dinge, die ich die letzten zehn Jahre erlebt habe, zehn Jahre voller Erfahrung, voller Erfolge, voller Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit zu kommentieren. Ich freue mich. Momentan geht es noch. Momentan werde ich jeden Kommentar noch einzeln beantworten. Und du hast die Möglichkeit, direkt in meinen Twitch-Livestream zu kommen. Vielleicht später auch auf YouTube, aber da müssen wir irgendwie tausend Videos oder sowas erreicht haben. Und dann direkt auch dein Anliegen mitzubringen. Falls du ein Anliegen mit der Sozialbehörde hast, erzähl mir davon. Ich erzähle dir, was man machen kann.